Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA hier auf diesem Kanal, bitte bei der Matze. Hallo. Wir spielen UEFA Europa League. Bayern schon wieder auf Shopping Tour? Ja. Ja. Um Spielentwicklung können die selbst sehen, brauche ich nichts sagen erstmal. Drei Vorlagen. Hattest du nicht getan. Ja. Da hat ihm. Nee, Spielerstatistik, ne? Nein. Wo denn? Ziele. Hast du Leistungen getan? Nein. Nein. Ach, da ist es. Ach so, das glaube ich. Ja. Nein. Und Stan? Das. Ach so, das da. Prognose 249. Was? Was heißt das? Digga, die Prognose ist, dass du in der ganzen Saison 249 Tore machst. Ich glaube, ich muss mal los. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ich glaube, wir müssen bei der Weltkasse einstellen. Und deine Prognose ist bei Vorlagen, dass du 34 vorlagen musst. Okay, das ist vielleicht noch machbar. Aber 249 Tore? Ist auch richtig machbar. Machbar, machbar. Aber nicht in einer Saison. Doch, aber zähl. Ich meine in einer Saison von einem... Was? In einer Saison von einem Profispieler. Wer macht da 249 Tore? In Real-Up ist es nicht möglich, aber in FIFA ja. In FIFA natürlich, klar, aber ich vergleiche das immer mit deiner echten Spielerkarriere. Sollst du inzwischen wissen. Ja. Hey, heute Liga spielen eine durchschnittliche Spielebewertung von mindestens 8,2. Mindestens 10. Ja. Erreiche eine Torquote von mindestens 8,20. 43 Prozent. Mhm. So krass einfach. Haben wir uns noch 66? Ja. Ich hab ein paar... Ein aufgestellten Rekord der Europa League. Ja. Und ich knack den immer wieder. Mhm. Obwohl ich die Schwierigkeiten hochstelle. Mhm. Das ist noch... Das ist das... Das halt aber... Für sie ein Hinspiel aus diesem Wettbewerb. Der hat eine herrliche Alperei geholt in Kopenhagen, ne? Die Gäste sind hier natürlich auf dem Trikot. Das ist glaube ich so. Meiner Meinung nach ne Braucherei. Ja? Das muss es sein. Da ist das Tor. Der Bahn ist bereits früh gebrochen. Wir haben den ersten... Das muss es sein. Da ist das Tor. Ey. FC Kopenhagen. FC Kopenhagen. FC Kopenhagen. FC Kopenhagen. FC Kopenhagen. Als Uhr hat er drin nichts zu suchen. Aber du weißt, was ich meine. Natürlich. Ich bin nicht dumm. Und hier sehen wir, wie wir die gesamte Abwehr einfach abhängen. Und Wolf am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Wald ganz cool im Tor unterzubringen. Was haben wir dazu gesagt? Ja. Du sollst es lassen. Ist es nicht lustig? Nein. Ist doch egal, ob er da recht hat. Er hat jetzt abgefiffen und fertig. Meine Güte. Da muss ich hinter mir drüber diskutieren. Also eh es dran ändern. Was wir sehen mit Hacke? Dann bin ich durch. Sie haben immer noch den Ball. Noch ein Tor! Was für ein Lauf! Weißt du, was noch so welche FIFA-Einstellung wäre? Was? Du kannst jetzt zum Beispiel Torwartfähigkeit noch auf 0% stellen und sich irgendwie 50-mal schneller sprinten lassen und so, ne? Ne? Kann man. Da kommt dieses Tor noch mal. Ja, kann man alles einstellen. Wie geil. Da hat es dem Torwart auch eine Fähigkeit von 0% oder so gegeben. Und ne? Irgendwie eine Fehlerquote. Und dass die anderen Fehlpässe und alles haben und all diese Quatsch kannst du einstellen. Das ist auch dumm, wenn du einfach so die Fehlerquote huschst. Ganz genau so auch das Verletzungsrisiko huschst. Das sehe ich auf das verletzende Gegner. Das ist was aber auch witzig, wenn du einfach nur einstellen könntest, dass der Schiedsrichter bei den Gegnern öfters Fehlentscheidung macht. Ne? Cool. Das wäre auch noch dumm, wenn das gehen würde, ne? Hm. Ich weiß noch, früher war immer so mein Takt. Ich habe das Verletzungsrisiko der Gegner auf 100% gestellt. Hoffentlich, dass sie öfters einfach runtergehen. Aber wegfoulen und dann ist die runtergehen oder so. Aber es ist nicht so richtig geschafft. Ne? Hm. So gesehen, wie ich da einfach durchgelaufen bin. Ja. Habe ich gesehen. Siehst du, wie der Torwart einfach draußen steht und stattdessen einfach so ein Verteidiger mit einem Tor nicht passen kann, dass da ein Ball drin liegt. Ja. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Ja, da hat er die Situation blitzt. Wenn man will, wenn man alle wegrennt und dann ihn einfach gefühlt... Ja, das ist eine komplett die Ehre gemacht. Hast du ihn durch die Beine geschossen? Ja, hast du dich. Ja, wie geil, Mann. Einfach ein Bar Peter von Madrid. Ja, in Madrid. Du siehst einfach kaum die Ehre genommen, weil du ihn getunelt hast. Na? Hm. Ja, anscheinend nicht. Vielleicht auch Vorteil entschieden, weil die direkt wieder den Ball hatten. Und jetzt an sie den Ball. Nee, das zeigt er ja nochmal weiter. Ah. Jetzt zeigt er ja nochmal weiter an. Er hat ein Auge zugedrückt. Weil es noch zu früh im Spiel ist, kann ja auch sein. Jensen. Weißt ja nicht. Wie die das manchmal werten. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Da gibt der Freistoß. Er hat auch nur für zwei Sekunden Vorteile gezeigt. Also aufblinken sehen. Ne? Ja. Und da verlieren sie den Ball. Bumm. Was soll das denn? Ah, wir haben noch einen. Ja. Ey. Zuletzt Beritt hat den Ball. Vorne jetzt die Balle erobern. Was soll das denn? Tch. Tolle Balle eroberung, ne? Wenn man die Balle man hier halten kann, dann hat man sich fast hinpackt. Tolle Balle erobern, muss ich sagen. Hallo. Mein Zweifel, das ist Freistoß. Gut vom Schiedsricht. Er ermahnt den Spieler, anstatt gleich die Karte zu zeigen. Und wir sehen, Kommunikation ist wichtig auf dem Platz. Der Spieler weiß jetzt ganz genau, dass er aufpassen muss. Ja. Das Feuer hat er nicht aufgepasst. Das weiß der Spieler ist jetzt. Kein Tor, nach dem Freistoß. Der Tolle Balle. Was? Ich brauche einen Schuss. Aber der Schuss an sich war gut. Mein Schuss weiß ich nicht. Weil mein Kraft eigentlich. Also wenn du mit Kraft. Ich weiß nicht, mit Kraft. Ja, vielleicht, weil du darfst du mal. Es ist eine Sache, musst du die Mitte finden. Mal wenn du zu viel Kraft kriegst, dich da rüber. Und eben gerade, ne? Ich bin wieder weiter unten geblieben. Ne? Und hat es halt voll den Tor in die Arme geflogen, ne? Deswegen ist es schwierig, ne? Direkt aus der Entfernung ein Tor zu schießen, ne? Ich muss glaube ich wirklich schon geübt sein, wenn man das hinkriegt, ne? Und da ist der Ball wieder weg. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Ja, es geht auch schnell. Koch hat noch ein bisschen, hat noch ein bisschen Sprit geladen. Wir sehen, wie das geht. Guck mal. Ich dachte schon, du verlässt den Ball. Ja, ich dachte schon, du verlässt das wegen dem Ball. Hey, guck mal, da war wieder die Firma, die dein Handy geliefert hat. Da war grad wieder die Firma, die ein Handy geliefert hat, auf den Werbetrag sogar. Warte gleich wieder hören, wann. Ich muss nur mal warten. Jetzt sind grad die Hinko greifen. Jetzt, da. Enterprise. Wentecar. War noch zu gut. Die passt einfach nur, wenn das Auto kaputt war oder Wartung oder so. Mietheutern und finden deswegen, denke ich, liefern Handys. Ne? Einfach zu gut. Vielleicht machen sie was aus diesem Konter. Fast schon leichtfertig vergeben diese Gelegenheit zum Konter. Ja, leichtfertig vergeben heißt du die. Ja, das könnte was werden jetzt. Super dazwischen. Dann komm, streck dich mal ein bisschen an. Nehmen wir so viel Zeit. Oh man, ich drück auf passen, weil er mit passt und dann passt er plötzlich. Und dann passt er nicht auf. Glücklich. Er scheint nicht abspielen zu wollen. Läuft weiter mit dem Ball. Ne, warum auch. Läuft doch gut. Er hat den Ball so längst zurück, als du das sagst. Ja, schöne Idee. Schön arm gesetzt. Du! Ja, das hat schon ein paar Pfeffer. Ne? So sehen sie die aus. Ja, da! Sehen die deutschen Siege aus. Ja, da! Was hast du da grad gemacht? Wer? Du! Alle, alle, alle haben ihn zugejubelt. Aber weil ich grad nicht gesehen habe, hat man gesehen, wie du einfach so im Hinterroll so so durchgeflitzt bist. Oder man hat nur für so eine Sekunde dein Gesicht gesehen. Ganz entspannte Minen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Maschine eigentlich sein. Das sieht wenigstens nach einem echten Spiel, wenn er so sieht aus. Und nicht so wie sonst, koch, 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 koch. next.. Und da ist die Flanke. Er verteilt ja da ganz abgefuckt, bis Tor spaziert. Ich wollte eigentlich zu ihm passen, aber der kann ja viel besser. Weil der andere auch über ihn rüber stolpert. Ja. Zack. Das ist schon geil, das Tor. Ich fache nämlich hin wegen dem Schuss. Ja, das ist ein Tor, was man wohl nicht so oft sieht. Tore auf der einen, kein einziges auf der anderen Seite. So, jetzt hat er aber zwei und ich habe nur auch zwei. Aber es gibt noch genug Urlaub bei den Spielen. Da kann ich den Reporter noch wieder sprechen. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Den Ball kann er abfangen. Ja, warte mal, du trainierst dich einfach so mit KI warm, dass du, wenn man in FIFA 23 ultimativ spielt, und einfach in den meisten Leute gegen ankommst. Ja. Ne? Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Ja, wer lässt sich da etwas zu viel Zeit? Und er pfeift Freistoß. Ja, der ist einfach so ein zwei Meter Riese. Ja, der ist immer ein Kopf größer als ich. Geil. Auch als der Schiri. So sieht der normal aus, wenn sie es sind. Auf einmal so ein Ding. Der ist einfach ein Kopf größer als alle. Ja, ist doch gut. Ja. Reggiano Hubs. Ah, das sieht gut aus. Und zur Pause ist das... Steht sich jetzt. Fickst du nur immer noch. Der Anschluss ist erfolgt. Die zweite Hälfte läuft. Ah, der muss ja besser verteidigen. Er entscheidet auf Freistoß. Und das ist eine gute Position. Freistoß aus gefährlicher Position. Das könnte durchaus was werden. Jetzt der Versuch. Das war natürlich gar nichts. Das ist ein Freistoß zum Vergessen. Das könnte besser. Boah, guckle ich das mal an da vorne, Alter. Das ist ein 16er. Dann hätte er... Dann muss man eigentlich reinmachen. Weil, Digga, dass er mich genau... Auch hier fauelt, knauchelt. Warum nicht da? Kurze Unterbrechung der Balls in Seiten aus. Warum muss er mich da faulen und nicht da? Was ist er denn? 19 Meter in Kreden, deswegen. Weil das ist auch ein Freistoß aus guter Position. Na, was auch nicht. Die Länge und so ist es, den man in Mauser treffen sollte. Wenn man nicht gerade so hoch schießt. Ne? Einmal Regler-Porte ist zu Bayern München gewechselt und verlässt Manchester City. Schön. Es ist wichtig, dass er jetzt Klarheit hat. Für den Spieler ist es sonst eine sehr unangenehme Situation. Das könnte eine Gelegenheit werden. Dreierpack, was für eine Aktion. Und wie gut ist der heute drauf, Wolf? Das ist sehr stationell. Ein Tor nach dem anderen. Das Spiel. Wir sind uns nicht mehr dazu. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Dominante Vorstellung heute. Sie lassen wenig zu und sind selbst eiskalt vor dem Tor. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Beeil dich mal ein bisschen. Jetzt kommt noch mal die Wiederholung vom Treffer eben. Ich sitze zu kurz. Ne? Guck mal, der Ries ist jetzt wieder nehmlich. Der zwei Meter Hübe. Der Tor steht, da triffst du gar nichts. Ne? Doch. Ich hatte also schon schon über meinen Vater. Jetzt natürlich ein Ruf. Das ist wirklich so gut runtergemacht. Ja klar, du hast ihn ja nicht voll gegen den Kopf bekommen. Sehr starkes Technik. Nicht zum ersten Mal, dass wir das heute von ihm sehen. Der Ballverlust. Ich glaube, in dieser zwei Meter Riese wirklich bei dem Tor stehen wir, die hätten auf jeden Fall... Ja, aber das ist klar. Ja, aber das ist ein Vorteil wahrscheinlich schon. Weil der hat sich leider gefehlt. Der hat länger und so, könnte halt leichter in Peleron, ne? Also lang zu sein, das ist Tor, das ist glaube ich ein Vorteil, ne? Und die Torwider haben sowieso ein bisschen leichter. Ne? Du kannst Messi nicht im Tor stehen, das geht nicht. Also der kann so hüpfen wie so ein Krassepfer. Ja, natürlich, ne? Ja, so muss jeder das, was er spielt, das, was er spielen möchte. Ich meine, was so... Ja, als... Woleise könntest du ein Tor aufstellen? Der ist 187. Ich wollte bloß sagen, dass so ein Zwei-Müter-Hühne wie der Typ da ist, wahrscheinlich einfacher. Aber ein Vorteil im Tor wäre, weil er halt logischerweise ein Besserer-Bellerer hat. Ja, das wollte ich nicht sagen. Gutes Technik, ne? Keine Ahnung, als 50, 1,60 ist nicht ins Tor, stellt es, ist hoffe klar, ne? Das ist auch nur 1,72 für mich. Ja, bei Kürze war ja, im Vergleich zu anderen Fußballspielen schon ein Stück kleiner. Und da ist der Ball wieder weg. Was du so ein, ja, als kleine Stürmer nimmst, das ist irgendwo logisch, ne? Weißt du, wie kleine Stürmer sind? Wenn sie ist klein, der... Ja, mal ist klein, und da ist es etwas größer. Ja, und deswegen meine ich das, und deswegen... Aber meistens sind diese kleinen, die sind so, weißt du, so unerwartet, so, weißt du, ja. Sie meinte, deswegen war sie mal, gehst du eher auch im Angriff, weil er auch nicht gerade wie sich war. Noch sind hier 20 Minuten, zu absolvieren. Jetzt sind sie am Ball. Denn mit 20 Minuten jetzt nichts passiert. Klappe, denklich. Königst du, wenn du beenden, nein, ist es eh durch. Der Ballverlust. Zufrieden ist er nicht, das sieht man, die Anspieler gefallen ihm nicht. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball, klasse. Er hat schon mal sein Auge nach dem Ball gelogen. So langsam wird es gefährlich. Gute Chance. Er hängt gerade einem nach dem anderen ab, und er springt selbst den Typen, der eben am Arsch, hängt weg. Und er sagt dann auf einmal, so langsam wird es gefährlich, ne? Ja. Da ist noch mal die Wiederholung dieses Tores. Ja, guck, der ist heute auch auf einmal weggespriniert. Und dann, als kurz davor hat er erst gesagt, so langsam wird es gefährlich, ne? Er war einfach zu schnell für sich. Und das ist ja schon gefährlich. Ja, ich meine ja, du hast, als du schon alle ausgedribbelt hast, ne? War es doch schon gefährlich, oder? Und er hat den Spruch jetzt gebracht, kurz bevor du den, der dir in den Hacken hing, ne? Halt auch ausgedribbelt hast, dann kam erster Spruch, ne? Das wird heute wohl nix mehr für seh, das Spiel ist fast vorbei. Ja, es ist so homo, das Spiel ist gegessen, Digga. Weiß noch, wie ich so richtig stark, hohes Wettbewerb gegen am Weltklasse halte sich. Äh, was ist nach Amateur? Was? Nach Amateur ist doch... Anfänger, Amateur, kommt denn nicht schon Halbprofi? Ist nicht Anfänger, Amateur, Halbprofi, Profi, Weltklasse, Automatik? Äh, ja, ich glaube. Ich glaube, noch nicht auch. Freischussentscheidung, korrekt. Ich meine, ich wollte nur Spaß mal einfach so etwas wie die letzte Warnung gewesen sein. So ein BVB oder so, ein Spiel auf komplett Anfänger spielen gegen die Mannschaft. Und das Spiel auf ultimativ gegen Bayern oder so, ne? Aber nochmal so, um den Unterschied zu sehen, ne? Super gemacht, wo er uns nicht gefeiftet hat, ne? Ja. Ich meine, da wird nochmal so aus, als so als Pan-Video, nochmal mal zu gucken, wie krass du wirklich auf Anfänger wärst. Und wie viel du vielleicht doch schon auf ultimativ machen konntest, theoretisch, ne? Ne? Schosse lebt noch! Hm. Und das ist der Ballverlust. So, Ball bis jetzt jetzt. Ein berechtigter Freistoß. Hm. Ja, bis jetzt eh was. Der Linsen, der freut sich, der durfte drei Minuten spielen, ne? Daher ist jetzt, da. Ja, bis jetzt.